Ich komme zu Giuseppe, bitte. Ich komme aus Deutschland, aus Ingolstadt, über zehn Nationen, und ich komme zur Rumänien, zum Black Sea. Wenn ich Ende des Black Sea komme, werde ich weiter und in Ukraine gehen, um meine Symbolische Reise der Frieden in einem Ort, wo es eine zivilische Krieg ist. Diese Reise ist lange, über drei Monate, und es ist 2600 Kilometer. Ich habe einen Blog, ich gebe Ihnen die Adresse des Blogs, wo es in drei Sprachen gibt, Italien, Englisch und Rumänien. Ich spreche sehr gut Rumänien. Alle Informationen über diese Reise sind www.piporapisarda.wordpress.com. Um diese Reise zu vorbereiten, ich frage die Leute eine einfache Frage. Was ist das PIP? Ich habe sehr, sehr viele Fragen. Viele Leute fragen sich nicht an diese einfache Frage. Ich schaue für eine spezielle Antwort mit dem FED, aber sie nicht erreicht. Also kann ich sagen, vielleicht ist es die Chance, die Möglichkeit, zu machen, wie diese in zehn Nationen, in einem Pacifischen Weg, ohne Passaport, ohne nichts zu tun. Wenn Sie denken, dass es das gleiche Reise 15 Jahre alt ist, vielleicht nicht möglich war es. Jetzt können wir es. Ich habe diese Flagge von einem Kursus. Ich habe eine Kursus. Ich habe eine Kursus. In jedem Ort, wo ich auf dem Kursus, der Borgomanster oder der Lieder in der Gruppe, wie es ist. Und in jedem Fall, ich diese Flagge von der Ukraine geliebe. Also, ich gehe nach der Elf-Europa und in der Ukraine. Ich weiß, dass Ihr Gespräch von der letzten Woche, weil ich letzte Woche in Linz bin, und in der Unternehmung im Zentrum, ich treffe deine Kollegen von Linz, deine Gruppe. Sie informieren mich, jedes Monat, dass ihr auf der Internet seht, und ich bin hier. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.